Über das Seche-Museum in Limbach-Oberfrona kann man sich schon seit geraumer Zeit auf der hauseigenen Internetseite informieren. Zu den städtischen Museen gehört außerdem das Schloss Wolkenburg. Das hat nun auch eine Internetseite. Zuvor konnte man sich nur über die Homepage der Stadt Limbach-Oberfrona oder über die Seite des Schlösserlandes Sachsen über die Sehenswürdigkeit mit den verschiedenen Angeboten informieren. Unter www.schloss-wolkenburg.de geht das nun direkt. Die Seite bietet Informationen über den Museumsbetrieb sowie über alle weiteren Aktivitäten und Angebote im beliebten Ausflugsziel. Die Einrichtung der Homepage wurde über das Förderprogramm Kulturgemeinschaften mitfinanziert.